Ich tafte Rick als Teppich und das ist ein Geschenk zu seinem Geburtstag. Rat mal in den Kommentaren, wie alt Rick jetzt ist. Ich bin so gespannt, wie er darauf reagieren wird. Ich glaube, er rechnet nicht damit, denn sein Geburtstag ist jetzt schon ziemlich lang her. Und es hat einfach so lange gedauert, bis der Teppich komplett fertig ist. Aber heute bin ich einfach endlich fertig mit dem Taften geworden. Es war eigentlich ein relativ einfacher Teppich. Aber nach meinem Riesen-Fail vom letzten Mal konnte ich nicht mehr einen schwierigen machen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr ihn bis jetzt findet. Und klar, er ist fertig getaftet, jetzt muss ich ihn nur noch kleben und schneiden.